einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen hier zu unserer ersten folge von wami mit der christina lp hallo es geht gleich los green in der mitte los geht los es geht los ich glaube die haben es voll auf uns abgesehen ja genau es geht los und weg 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 es leckt aber nicht bei mir hoffentlich ja ich bin ich bin genau hinter dir essen geht schnell weg ja das war mir schon klar nur laufen nur laufen sprittest du nicht doch aber du hüpfst nicht doch ich hüpfe nicht genau hinter uns ist keiner hinter uns ist keiner immer weiter immer weiter aber ich habe schon drei hungerkeulen weg ne ja ich das war einheit immer weiter 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 wir müssen zu sehen dass wir weiter links kommen versuchen nicht weil ich ja nicht durch wasser wenn ich nicht ins wasser ist richtig weil wir rechts neben uns die anderen haben erstmal weg 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 da bist du weit weg es gibt keine schutzphase du hält voll gut so ich bin hinter dir ich bin hinter dir ich bin hinter dir essen weiter 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 ich weiß nicht ob die rechts nehmen uns auch zum dorf laufen ich sehe im moment keine namen nimm die chicken mit oh chicken crafter alter schwede es geht richtig was ab hier ich laufe zum pilz da ja ja ich komme da auch gleich hin ich habe auch schon mal chicken oh scheiße es wird auch noch dunkel ja haben die vergessen noch mal neuen tag zu machen ich kann nicht mehr laufen ich kann nicht mehr sprinten ja hier sind schafe immer weiter immer weiter ich weiß nicht wo der border ist ich scheiße hast du aufgepasst wie groß diese sache ist also leute war mir ist um das noch mal zu erklären werden die letzten folgen gibt die woche nicht gesehen hat mich auch schon mal ein bisschen rum bleib doch hier stehen du blödes chicken wenn die letzten folgen nicht gesehen aber so wie vorne weit verschenzen wir uns und dann jetzt runter nicht schon mal sneak schon mal am besten so hinter zwei ich gucke ja ich gucke hier schon ich baue holz ab jetzt geht es aber los jetzt geht es hier aber ab alter schwede ich baue holz ab jetzt geht es also von rechts denke ich mal er nicht oder ist nicht dachte wer zu woher scheiße es nicht lieber ist nicht schon ist nicht ich dachte da wäre zuckerrohr dann werde ich da nämlich schnell hingetobt so dass ich nochmal anzufangen zu ende zu bringen wer die ganzen folgen die letzten wochen nicht gesehen hat da haben wir christian christina und ich uns ja vorbereitet wenn ich das jetzt von oben einer kommt hier auf dieses projekt war mir war mir ist ein abklatsch von war im endeffekt das basiert da kommt zum das basiert auf war oder auf das spielprinzip war im endeffekt das ist ein hangar games ich brauche eine waffe hier ein schwert hinter dir geh weg ollie geh weg hast du alles klar läuft hast du das schwert eingesammelt habe ich 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 und da ist halt die geschichte dass ja ja wer stirbt ist raus hier spitzsacker ganz einfache kiste ich sammle nochmal ein bisschen holz ein und ich hoffe dass christina und ich lange 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 überleben werden und zombiefleisch das ist cool ich wollte gerade sagen alter da stapft ein zombie durch die gegnerin alter feiter ich baue das holz ab ich geh essen holen hier warte 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 oh kacke läuft ich snick mir so deine erfahrungspunkte ist mir egal so was soll ich machen wir müssen essen haben du baust holz ab ich hole essen ja ich habe vor lauter schreck habe ich äh die beiden das beide vergammelte fleisch gegessen von den zombies hier hinten sind kühe ollie komm mal mit hier lang oh jetzt legt das server hier auch noch ich baue hier auch wieder die blöcke zweimal ab kommst du am wasser lang wir dürfen uns nicht trennen äh du bist am wasser lang ok 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 sneaks du ja entsneakt siehst du mich nee oh alter das kann doch nicht sein du bist wieder in die falsche richtung gerannt ich hänge hier fest das gibt es doch gar nicht hier hinter dir da komm ja ja ich hab dich schon gesehen nur ich bin ich hab wieder festgegangen hier das gibt es doch gar nicht und nicht mehr laufen ne normal laufen hier ist ne kuh ja mach die tot ich hol mir die kuh hier ich hab zwei leder ja ich auch wir müssen auf jeden fall hier fleisch sammeln und augen offen halten und dann zusehen dass wir runter kommen ja in die erde dass wir hier weg sind wir haben noch 10 minuten alter schwede ey das zieht sich die kaugummi noch 10 minuten da ist ein skelett ne pass bitte auf wir müssen weiter 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 immer weiter wieder spatz am blitzab leider hier ich bin hier weiter gelaufen ne du hinter den baum lang wo hier hinter dir hinter dir hinter dir ich seh dich nicht du bist hier hinter dir ok hier sind schafe oh hier sind schweine hier ist zuckerrohr schweinische schafe und ein creeper ist hier auch ja ich hab äh gießpulver ok wir müssen Waffe craften haha ich hol mir die schweine hier noch ich nehm das zuckerrohr mit ja voll gut 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 also dieses projekt ist ein projekt von let's play one von tobi der hat das mal ins leben gerufen ähm seht ihr dann auch beim nächsten start screen also der regen der nervt oh oh der nächste ist tot und sollen wir irgendwo runter jetzt erstmal und genau runter 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 und ähm huch ich bin im wasser ok ok sneaken ne da hinten ist ein creeper Alter das ist scheiße mit da kommt ein creeper boah ollie lebst du noch? ja ja ich bin noch da ich bin noch da ich habe gesperrt ok dann komm erstmal hier rein ich hab erde ja ich baue weiter ab den äh die werkbank hast du mit ne ja das erste was wir machen ist jetzt im ofen gib mir direkt die steine ich habe ja halt du darfst nicht in mich reinlaufen ja ja das kriegen wir hier ein kleines problem nach minuten baue immer weiter runter ne ja ich mache jetzt erstmal ich war ja keiner in unserer nähe glaube ich ne ne die sollten eigentlich alle wo am Essen gelaufen sein das war halt unser vorteil ich bratte uns das fleisch ja oh ja ich sehe gerade es ist schön hey ich habe nur ich habe nur aus leder zumindest schon mal schuhe machen konnte ich mir sehr gut wobei das leder dürfen wir nicht verschwenden ja aber lederrüstung hast du jetzt gemacht ne ja aber es geht nicht um die rüstung es geht darum dass wir bücher brauchen ja für den verzauberstisch die vier stück das sind zwei kühe alter da gibt es tot komplett weiß ich nicht let's play one war der andere von der gb ja ja da gibt es let's play one der erfinder dieses projektes ist tot da schreibe ich doch gleich erstmal rip weil das hast du wie viel holz hast du noch ich habe noch sieben stücken holz ok die habe ich noch nicht verarbeitet ja briten wenn du noch was zu futtern für mich über hast wäre ich dir dankbar ja denn ich bin nur noch halb full of life wegen dem scheiß creeper eben hast du schon kohle gefunden ne leider nein leider nein aber es geht immer weiter runter boah ich dachte gerade was ist das ich glaube über uns ist ein schwein ich weiß es nicht ich bin schon ziemlich tief ok bin ziemlich tief gesunken ich weiß ob ich jetzt nicht genug gings habe da ist der oh hier ist eine höhle was für eine höhle brauche steinschwerter hast du steinschwerter oder so also ich bin hier in einer höhle angekommen auf einer tiefe ich bin auf einer tiefe von 43 ja hier ist erstmal was das finde ich sehr gut jetzt doch schon fast besser kannst du nämlich anfangen hier zu regen das finde ich voll klasse steinschwerter hast du noch keine gemacht gut dann müssen wir zusehen ich muss mich erstmal sortieren jetzt hier alter feiter hier ist direkt eisen sehr gut das ist eine riesen schlucht sehr gut gleich in der schlucht oh geil besten wäre es wenn wir tatsächlich wir müssen noch weiter runter wir sind nur auf 43 das ist keine frage aber ich bin am lecken nicht dass ich nachher irgendwie in die lava legge alter schwede ich bin gerade ein bisschen geil auf die kohle hier weil uns fehlt halt die kohle ja das ist deswegen wir brauchen unbedingt einen tisch dass wir hier steine steinhaken machen können alter die machen sich alle gegenseitig tot weil wir gewinnen hier kampflos lol so ich mach mal hier unsere kleine bar auf na nun komm ich bin mega aufgeregt wahnsinn ist das ich habe mir erst mal zwei spitzhaken gemacht wenn man nämlich ist auch das eisen abbauen das finde ich viel 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 besser wir müssen halt gucken auch wegen creepern hinter uns und alles ne ja genau deswegen wir sind nicht sicher nicht auf der höhe das ist richtig aber selbst tiefer sind wir nicht sicher wer weiß wo die leute alle hin sind also ich vermute mal unser glück war wirklich gewesen dass neben uns die plätze frei waren dass die die noch mitmachen wollten gar nicht da waren die kommen später die fangen später an die sind privat technisch verhindert und deswegen fangen die später an wenn man jetzt schwein wäre könnte man sagen okay ich warte am spawn bis die kommen ja das werden auch welche machen und aus dem ersten eisen mache ich uns schwerter ne oh oh so das ist mir ein bisschen sicherer hier ich habe versehenlicherweise einen block falsch gesetzt bei der lava das war mir dann zu heiß im wahrsten sinne des wortes okay so ich habe neun eisen ja pack die in den ofen ja und die erstmal hoch hallo hoch bitte immer mal umgucken ne ja aber ich glaube alter nimm doch mal hin hier ich glaube wir haben das schon ganz gut gelöst hast du schon ein schwert gemacht ne 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 mach ich jetzt hast du schon vier ja okay ich mach einen zweiten ofen so so eisenschwert safe jetzt ist die frage der spawn wir sind von wo sind wir gekommen scheiße wo ist der aufgang hast du zugemacht ne hier da sind wir rausgekommen ach da sind wir rausgekommen das heißt der spawn ist links die linke richtung hast du jetzt gemerkt ja ich hoffe dass der da so war aber den grafikfehler läuft bei uns oben hast du zugemacht ne ähm ja baust du weiter runter oder was ja weil ich brauche kohle hinter dir habe ich noch eine spitze weiter wow ich hab das nur gehört voll geil die spinne ist einfach so von oben runter gehuckt voll hammer ey boah scheiße alter mordsmäßig ey so ähm guck mal auf ich mach jetzt erstmal ein paar Fackeln alter alter zwei Minuten ne vielleicht sollten wir uns sortieren ja ich baue Öfen und so weiter ab mach erstmal ein paar Cleanstone mach zwei drei Cleanstone oh ja dann können wir hier unseren Gang zumachen wo wir hier rein sind bisschen Zeit haben wir ja noch dann kann ich aber die Werkbank hier abbauen ja ich mach hier unten so einen kleinen 2er Raum ja weil hier ist auch kohle die baue ich mit ab das Cleanstone hätten wir gar nicht mal brauchen warte mal sicher ist der Andesit an der Stelle oder ja ja okay dann hau da den rein und dann komm runter wir haben nicht mehr lang und nichts in den Öfen lassen ne wenn wir uns auslocken ne die nehm ich mit die hab ich eingesackt also falls du irgendwie Öfen suchst oder sowas ja weiß jetzt nicht mehr was Andesit ist oh lol okay Olli du solltest runter kommen ja ich komme komm so dann verlassen die alle eh das Spiel ja warum auch immer ich weiß es nicht ähm so ich hab hier mal zugebaut hinter uns komm jetzt runter wo bist du Alter bist du weit ja tut mir leid liebe Freunde dass es so dunkel war ach baust du schon zu ok hast du noch einen von denen von den roten? ne aber ich habe Cleanstone so gut die Fackel hier rein damit keiner äh kein Creeper spawnen kann in der nächsten Folge ähm so wir haben unser Tagesziel erreicht wir wollten auf jeden Fall weg vom Spawn wir wollten weg von den Leuten wir wollten zusehen dass wir auf jeden Fall schon ein äh Eisenschwert haben das haben wir auch schon geschafft wir haben sogar noch ein bisschen mehr erreicht ja mir läuft wohl eine Spinne lang hinter mir glaube ich ähm ja egal wir haben Essen das wollte ich diese Folge eigentlich auch noch nicht haben das wollte ich nächste Folge eigentlich erstmal machen ich wollte mich erstmal nur einbuddeln ähm und wir haben überlebt ich hab fünf Steaks zwei gebraten wir sind zwar noch sechs Sekunden aber äh wir haben's überlebt Leute wir sind runter ok das war die erste Folge von VAMI oh Gott wir leben noch Ali alter Verwälter Leute von heute krasser Shit ey 23 Stunden müssen wir jetzt warten genau das heißt wir dürfen weder 3-4 Folgen am Stück aufnehmen sondern wir müssen immer jeden Tag eine machen die müssen wir auch machen denn wenn wir eine verpassen kriegen wir einen Strike äh bei zwei ne bei drei bei zwei Strikes ist dann vorbei äh da ist dann Schluss mit lustig und dementsprechend ähm danke ich fürs Zuschauen wenn euch der Part gefallen hat gebt mir einen Daumen nach oben es sind leider Gottes schon sehr sehr viele Leute gestorben oh ja äh Fragen, Hinweise, Themen wie auch immer unter dem Hashtag VAMI VAMI und oder Team Hillig so sind wir genau ähm danke fürs Zuschauen morgen geht's weiter bei VAMI ciao bis dann ciao